Ich würde mit dir zuallererst mal mit einer Frage starten. Nämlich diese Frage ist relativ simpel, könnte aber vielleicht dann doch ein bisschen komplexer werden, wenn man darüber nachdenkt. Die Frage lautet, welche Wege Geld zu verdienen gibt es, bei denen du dir zu hundertprozentig sicher bist, dass sie tatsächlich Geld machen? Und das ist eine wirklich interessante Frage, weil viele Leute werden jetzt sagen, zum Beispiel beim T-Shirt-Business, da weiß ich, dass ich mit hundertprozentiger Sicherheit Geld verdienen werde. Bloß, weißt du es wirklich? Weißt du wirklich, dass ich mit dem T-Shirt-Business zu hundertprozentiger Sicherheit Geld verdienen kann? Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Leute dort draußen gibt, die sehr groß Geld mit T-Shirts verdienen. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die hunderte von T-Shirt-Designs haben und so gut wie gar nichts machen. Und ich meine zum Beispiel, wenn du jetzt 5 Euro im Mord machst, ist das doch einfach praktisch gar nichts. Und das Problem, was ich daran sehe, ist das folgende. Nämlich, es wird natürlich immer online viel gesagt, du kannst mit dem T-Shirt-Business Geld machen, du kannst mit Dropshipping Geld machen und so weiter und so fort. Bloß, es passt für die meisten Leute nicht. Und vor allen Dingen, erfordert es meist auch ein bestimmtes Talent. Zum Beispiel, wenn du jetzt einer Person sagst, du kannst ja ganz einfach im Verkauf Geld machen, bloß die Person hat keine Ahnung von Verkauf, dann wird es wahrscheinlich für diese Person sehr, sehr schwer werden, Produkte an Mann zu bieten, an Mann zu bringen. Und genau deswegen würde ich mit dir gerne Folgendes machen. Ich möchte dir einige von meinen Einkommenströmen zeigen, wo ich mir mit hundertprozentiger Sicherheit sicher bin, dass du damit Geld verdienen kannst, wo du ein paar Fähigkeiten brauchst, aber diese Fähigkeiten sind vielleicht nicht so schwer zu erlernen, wie viele andere Fähigkeiten, die man vielleicht in anderen Businessbereichen bräuchte. Übrigens hier auch nochmal ein Gegenbeispiel, nämlich, ich habe ja viele Flipping-Coachings gegeben. Und nehmen wir zum Beispiel mal an, du machst gar kein Flipping und du investierst keine Zeit ins Flipping, kannst natürlich auch nicht mit Flipping Geld verdienen. Da habe ich aber andere Beispiele, wie den Ralf, Christian und den Alex, die halt extrem gutes Geld mit dem Flipping verdient haben. Und dennoch würde ich niemals sagen, dass die Sicherheit, dass du, egal was du tust, hundertprozentig sicher Geld verdienen wirst, die ist bei Flipping zum Beispiel auch nicht gegeben, weil es ein reiner, sag ich mal, Verkaufseinkommensstrom ist, weil du da E-Mails schreibst, dich mit Leuten unterhältst und so weiter und so fort. Und wenn die Marktlage zum Beispiel auch mal schlecht aussieht, beziehungsweise viele Leute nicht von dir kaufen wollen, dann wollen sie nicht von dir kaufen. Dann kannst du damit auch kein Geld machen. Bloß, es gibt andere Einkommensströme, die dir eigentlich mit hundertprozentiger Sicherheit immer Geld machen werden. Und das, was ich dir jetzt zeige, stützt sich eigentlich auf fünf Jahre Erfahrung und fünf Jahre, wo ich auch hunderte, wenn ich sogar tausende von Leuten ausgebildet habe. Zum Beispiel der Bereich Online-Videokurse. Ich muss ehrlich zugeben, von meiner Perspektive, weil ich halt weiß, was für euch erreichbar ist, ist eigentlich diese Info, geht auf Plattformen wie Udemy oder geht auf Plattformen wie Skillshare absolut Gold wert. Weil ich mir zu 100% sicher bin, dass jeder von euch Wissen hat, dass er liquidieren kann und online beibringen kann. Oder zum Beispiel, dass ihr Dinge erlernen könnt, die ihr dann beibringen könnt. Das ist zwar nicht unbedingt die feine englische Art und man sollte grundsätzlich jetzt auch nichts abkupfern, das möchte ich gar nicht sagen. Oh Gott. Nein, aber wenn du zum Beispiel dir über viele Jahre Dinge anlernen kannst oder du kannst dir auch über einen sehr kurzen Zeitraum Dinge anlernen, kannst du natürlich diese Dinge auch eines Tages mal beibringen, weil jeder Schüler oder jeder Lehrer war auch irgendwann mal ein Schüler. Und was ich damit sagen möchte, ist folgendes. Du kannst natürlich über solche Plattformen wie Udemy oder Skillshare extrem einfach Geld verdienen. Es sind Plattformen, wo du einfach nur einen Kurs hochladen musst. Du musst dich natürlich um ein paar Dinge kümmern, wie zum Beispiel Bewertung reinholen, den Kurs SEO technisch optimieren und so weiter und so fort. Aber dann verkauft sich das Ding auch. Und du weißt mit relativ großer Sicherheit, da kommt auf jeden Fall nächsten Monat schon mal was rein. Du weißt aber mit 100%iger Sicherheit, in den meisten Fällen tatsächlich, dass die Kurse Geld abwerfen. Wenn Kurse sich nicht auf Udemy verkaufen, dann muss der Kursdozent wirklich was falsch gemacht haben. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist einfach nur meine Beobachtung. Ich habe jetzt hunderte Leute, ich glaube sogar im Bereich Udemy tatsächlich tausende von Leuten ausgebildet. Und wenn sich Kurse nicht verkauft haben, lag es meistens daran, dass die Leute zu wenig Bewertung hatten oder dass sie den Kurs nicht SEO technisch optimiert hatten oder dass der Kurs einfach wirklich viel zu schlecht war. Aber das passiert ganz, ganz selten. Aber du kannst mit solchen Plattformen wie zum Beispiel Udemy, Skillshare immer Geld verdienen. Und ich meine wirklich immer. Dann auch solche Dinge wie YouTube, einen YouTube-Kanal. Wenn du erstmal einen monetarisierten YouTube-Kanal hast, kannst du natürlich auch jederzeit mit deinem YouTube-Kanal Geld verdienen. Ich kann zum Beispiel nachts um 3 Uhr aufstehen, kann ein Video machen und es werden ein paar Leute nachts gucken. Das werden jetzt zwar keine hunderte Euro sein, die da reinkommen, aber es ist dennoch Geld, das reinkommt. Das ist immer eine Einnahmequelle, wo ich zu hundertprozentiger Sicherheit weiß, egal was ich tue, es kommt Geld rein. Ich weiß, dass auf jeden Fall irgendeine Person wird meine YouTube-Videos schauen, auch wenn es nur eine Person ist. Irgendjemand wird es schauen. Und ich kann natürlich auch meine Videos mit Leuten teilen, sei das nun über Facebook-Gruppen, über einen E-Mail-Newsletter, was auch immer. Und ich kann jederzeit diese Einnahmequelle wieder aktivieren. Dann natürlich solche Dinge wie Coachings. Ich weiß mit hundertprozentiger Sicherheit, dass ein Coaching Geld macht, weil natürlich klar, ich stelle eine Rechnung aus, die Leute bezahlen das Coaching und dann habe ich ja das Coaching mit den Leuten. Ich versuche mich grundsätzlich jeden Tag dazu zu zwingen, meine Zeit zu monetisieren. Nämlich, ich habe zu jeder Sekunde des Tages etwas, was ich tun kann, was mir Geld einbringt. Und wenn du erstmal diese Möglichkeit hast, jederzeit links und rechts zu schauen und zu sagen, okay, ich kann einen Udemy-Kurs machen, da weiß ich auf jeden Fall, der macht mir Geld. Oder zum Beispiel, ich mache ein YouTube-Video, ich weiß ganz genau, das macht mir Geld. Oder zum Beispiel, ich mache einen Skillshare-Kurs, weiß ich ganz genau, das macht mir Geld. Oder zum Beispiel, ich habe eine Person, die gerade eine Anfrage gestellt hat auf ein Coaching, dann schreibe ich halt eine Rechnung und die Person, wie gesagt, nimmt dann das Coaching bei mir wahr. Das sind alles halt Einkommensströme, wo ich immer weiß, Leute werden tatsächlich irgendwie praktisch dafür Geld bezahlen. Sei es nun für einen Udemy-Kurs oder halt in Form von Klicks auf YouTube oder auch in Form übrigens von geschauten Minuten auf Skillshare oder wie gesagt, in Form von tatsächlich Geld bei Coachings. Und sonst natürlich haben wir auch solche Dinge wie Kindle. Kindle ist auch ein Einkommensstrom, der seit vielen, vielen Jahren existiert und es gibt so gut wie keine Person, die Kindle-Bücher hat, die wirklich 0 Euro machen. Die meisten Kindle-Bücher machen zumindest etwas an Geld. Und wenn du nur quantitativ vorgehst, kannst du auch mit relativ unprofitablen Kindle-Büchern sehr, sehr gutes Geld verdienen. Selbst wenn du kurze Udemy-Kurse erstellst, die von der Qualität her so lala sind, da ich möchte jetzt nicht sagen, dass du das tun solltest, bitte nicht, erstelle gute Kurse auf Udemy. Aber wenn du zum Beispiel nicht so gute Kurse erstellen solltest, die vielleicht auch relativ kurz sind, werden sie denn noch etwas Geld machen. Es kommt dann, wie gesagt, nur nochmal darauf an, das Ganze zu verbessern. Das heißt zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe nun Einkommensstrom im Jahr aufgebaut, wo ich 24-7 mit Geld machen kann, wo ich jederzeit aufstehen kann oder auch nachts mal ich jetzt mit aufstehen kann um 3 Uhr, wo ich ein bisschen Zeit investieren kann und zack, mache ich damit Geld. Dann geht es, wie gesagt, nur nochmal darum, mehr Geld in dieser bestimmten Nische zu machen, in diesem bestimmten Bereich. Und wie dieses ganze Zwangskonzept funktioniert, ist nun wie folgt. Nämlich, zuallererst hast du natürlich unkene Arbeit, hast du unkene Einkommensstrom. Und ich würde mir folgende Frage stellen. Nämlich, kannst du mit dieser Arbeit immer Geld verdienen? Zum Beispiel, ich weiß, dass ich, wenn ich meinen Udemy-Kurs vorbereite oder aufnehme, damit kann ich immer Geld verdienen. Oder zum Beispiel, wenn ich YouTube-Videos publiziere, weiß ich immer, damit kann ich Geld verdienen. Oder wenn ich ein Coaching gebe, weiß ich immer, natürlich macht mir das Geld, weil Leute dafür bezahlen. Also, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber Leute bezahlen dafür immer. Und dann, wie gesagt, habe ich nochmal zwei Pfeile hier abgehend von, nämlich einmal, kannst du mit dieser Arbeit immer Geld verdienen? Nein, dann mache diese Arbeit zu einem nicht-essentiellen Teil deines Tages. Kannst du mit dieser Arbeit immer Geld verdienen? Ja, dann mache diese Arbeit zu einem essentiellen Teil deines Tages. Was genau meine ich damit? Nämlich, wenn du weißt, dass du mit diesem Einkommensstrom auf jeden Fall Geld verdienen kannst, und dieses Geld ist auch so viel, dass es sich für dich lohnt, diese Zeit zu investieren, dann würde ich mich zwingen, jeden Tag eine bestimmte Zeit an diesem Einkommensstrom zu arbeiten. Weil du nämlich weißt, dass das, woran du arbeitest, mit hundertprozentiger Sicherheit funktioniert. Und diese Sicherheit im Kopf zu haben, das ist das Wichtige. Und ich kann dir schon mal Folgendes sagen. Wenn du dir diese Einkommensströme aufbaust, YouTube, Udemy, Coaching, Skatech, Kindle, mit diesen kannst du immer Geld verdienen. Heißt also, kannst du mit dieser Arbeit immer Geld verdienen? Ja. Dann versuche ich jeden Tag zum Beispiel, sagen wir mal, 10 Stunden da rein zu investieren, an Kursen zu arbeiten, an Büchern zu schreiben und so weiter und so fort. Und wenn ich weiß, dass es andere Einkommensströme dort draußen gibt, wo ich aber mir nicht sicher bin, ob ich tatsächlich damit Geld verdienen kann, dann mache ich es zu einem nicht essentiellen Teil meines Tages. Nämlich, diese 10 Stunden, die ich jeden Tag in Kursproduktion und so weiter investiere, die sind fixt. Das ist was, was ich auf jeden Fall tun werde. Bloß dann gibt es nochmal die anderen paar Stunden, die ich vom Tag habe. In meinem Fall arbeite ich meistens irgendwas um die 14, 15 bis manchmal 16 Stunden. Das heißt, ich hätte nochmal 4, 5, 6 Stunden am Tag, wo ich etwas anderes tun könnte. In dieser Zeit kann ich dann zum Beispiel an Einkommensströme arbeiten, wo ich nicht weiß, ob sie tatsächlich mir Geld machen werden oder nicht. Oder wo es zumindest ein gewisses Risiko gibt, weil ich zum Beispiel den Vertrieb managen muss oder weil ich das Marketing managen muss und so weiter und so fort. Heißt, wenn ich weiß, etwas funktioniert, mache das jeden Tag. Und gib dir selbst eine bestimmte Zeit, wo du es machst. Und wenn du nicht weißt, ob es dir Geld macht oder nicht, oder wenn es da Variablen gibt, die eine große Rolle spielen, dann, wie gesagt, würde ich das zu einem nicht essentiellen Teil machen und eher mal hier und da daran arbeiten. Und schlussendlich können wir das Ganze runterbrechen eigentlich auf 5 unterschiedliche Regeln für Anfänger. Und das sind jetzt wirklich ein paar Regeln, die werden einigen, glaube ich, ein bisschen gegen den Strich gehen, weil die ein bisschen anders sind. Und ich glaube, das sind keine herkömmlichen Regeln. Nämlich zuallererst, erster Punkt, Zeit gegen Geld zu tauschen ist kein Problem, wenn du A, gut genug bezahlt wirst. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel mal an, ich tausche jetzt eine Stunde gegen 100.000 Euro, wäre ich natürlich super glücklich drüber. Ich glaube nicht, dass jemand mir jemals so viel Geld bezahlen würde für eine Stunde, aber gut, da müsste ich wahrscheinlich schon Tony Robbins sein oder wer auch immer. Dann zweitens, B, keine Arbeit in dieser gegebenen Zeit hast, wo du mehr verdienst. Das heißt, Zeit gegen Geld zu tauschen ist kein Problem, wenn du keine Arbeit in dieser gegebenen Zeit hast, wo du mehr verdienst. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel mal an, du hast jetzt irgendwie eine Stunde im Zug und du fährst mit dem Zug, weiß ich nicht, von Berlin nach, wo kann man eine Stunde hinfahren, irgendwo vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube nach Leipzig dauert es ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden oder so. Heißt also, nehmen wir mal an, du bist jetzt eineinhalb Stunden im Zug und du hast vielleicht dein Laptop vergessen und du hast nur dein Telefon und jemand gibt dir das Angebot, du, ich weiß, dass du gerade im Zug bist, ich kann dir leider aber nur 60 Euro für eine Stunde Coaching zahlen. Wie wäre es, wollen wir uns nicht dennoch unterhalten für die eine Stunde und ich zahle die 60 Euro. Da du in der Zwischenzeit nichts anderes hast, womit du mehr Geld verdienen kannst und du eigentlich sonst nur vielleicht dann, ja, Däumchen drehen würdest, dann würde ich eher zum Beispiel diese Arbeit annehmen, die vielleicht nicht besonders profitabel ist, die aber dennoch halt Geld einbringt, weil du in der Zwischenzeit nichts hast, was dir mehr Geld einbringen kann. Klar kann man jetzt auch argumentieren, dass das Ausruhen mehr bringt, als sich unter Preis zu verkaufen, aber diese theoretische Lösung oder diese theoretische Annahme lassen wir jetzt einfach mal hier raus. Heißt also, wenn du in der Zwischenzeit nichts hast, was profitabler ist, dann mach das, wo du dich vielleicht dennoch ein wenig unterm Wert verkaufst. Zum Beispiel, bei mir gibt es auch einige, dieses Beispiel, das ich eben gerade nannte, dass ich für eine Stunde im Zug saß, zum Beispiel manchmal, wenn ich in Peking unterwegs bin, sitze ich halt Ewigkeiten, Ewigkeiten in irgendwelchen Bahnen und es ist oft so, dass ich zum Beispiel halt in den Bahnen, hatte ich tatsächlich zum Beispiel vor zwei Jahren, hatte ich da einige Coachings gemacht, hatte mit einigen Leuten gesprochen, halt direkt aus Peking mit dem Telefon. Damals hat wie gesagt, WhatsApp jetzt nicht irgendwie, das wäre ein bisschen teuer gewesen, glaube ich, aber wie gesagt, das war halt auch für mich dennoch ein Weg, diese Zeit zu monetisieren. Ich weiß, ich bin da ziemlich verrückt, was das Ganze angeht, aber das ist nur mal so ein Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Dann, drittens, das verdiente Geld dir hilft, dein Ziel zu erreichen. Heißt, Zeit gegen Geld zu tauschen ist kein Problem, wenn dir das verdiente Geld hilft, dein Ziel zu erreichen. Zum Beispiel nehmen wir mal an, du möchtest eine Million Euro machen und da dachte ich zur Ruhe setzen, ist denke ich mal ein Ziel, das viele Leute haben. Vielleicht ist es auch zwei Millionen Euro oder was auch immer. Dann ist natürlich der Punkt, der für dich ausschlaggebend ist, diese eine Million Euro zu erreichen. Und wenn du weißt, dass zum Beispiel du jeden Tag ein Tausender verdienen kannst, weil du halt zehn Stunden Coachings gibst und die Coachings kosten vielleicht gerade mal 100 Euro oder was auch immer, dann weißt du, dass du, wenn du das jeden Tag machst, zum Beispiel halt nach, sagen wir mal, drei Jahren ungefähr bei dieser Million landest und zack, hast du dein Ziel erreicht und dann hast du dich zwar totgearbeitet für drei Jahre, hast aber nach drei Jahren dein Lebensziel erreicht, was übrigens auch jetzt nicht so gut ist, aber wie gesagt, hast du dein Lebensziel erreicht und kannst machen, was du möchtest. Ich denke, grundsätzlich Zeit gegen Geld zu tauschen ist nicht das Problem, wenn du ein Ziel hast, wenn du gut genug bezahlt wirst oder wie gesagt, wenn du keine Arbeit in der Zwischenzeit hast, die dir mehr Geld einbringt. Das große Problem, das ich immer sehe bei den meisten Leuten, ist, dass sie so ein bisschen ete-petete sind, was das Ganze angeht, dass sie halt sagen, ich möchte meine Zeit nicht gegen Geld eintauschen, dann werkeln sie aber für mehrere Jahre ein Projekt, das am Ende doch nichts abwirft. Also wie gesagt, ich bin immer sehr pragmatisch, was das Ganze angeht. Dann zweitens, habe mindestens zwei Einkommensquellen, die du jederzeit aktivieren kannst, also zum Beispiel Udemy, Skatech, YouTube, Kindle. Das sind halt Einkommensquellen, wo du zu jeder Zeit des Tages dran arbeiten kannst und du weißt mit hundertprozentiger Sicherheit, dass es dir tatsächlich Geld einbringen wird. Zum Beispiel, ich weiß immer, wenn ich einen Udemy-Kurs publiziere, schon alleine, weil ich ein bisschen Marketing betreibe, aber auch, weil die Plattform einem organischen Sales einbringt, das ist immer ein Weg, wie ich Geld verdienen kann. Dasselbe ist bei Skatech, dasselbe ist bei YouTube, dasselbe ist bei Kindle. Das sind halt alles Plattformen, von denen ich überzeugt bin. Sonst, drittens natürlich, sei praktisch, was Geldverdienen angeht. Es gibt zu viele Leute, die meines Erachtens zu ete-petete sind, die zum Beispiel sagen, ah, so möchte ich mein Geld nicht verdienen. Bei mir ist es so, solange ich mich in diesem Bereich auskenne, und natürlich muss es auch legal sein, das sowieso, sei schon mal klar, und es ist eine Sache, die mich zu meinem Ziel führt, dann verdiene ich damit Geld. Zum Beispiel, eine Sache, wo viele Leute vielleicht zu ete-petete für sind, ist solche Dinge, wie zum Beispiel Upwork und Fiverr. Ich bin auf Upwork und Fiverr, bin ich als Freelancer drauf. Ich habe zwar theoretisch einen viel, viel höheren Stundenlohn, ich kann natürlich aber auch einige Dinge outsourcen. Ich habe zum Beispiel ein eigenes Icon-Business, wo ich jetzt nicht irre viel Geld verdiene. Dasselbe ist auch mein T-Shirt-Business. Ich habe mal sehr viel Geld, oder sehr viel mehr Geld mit T-Shirts verdient, heute leider nicht mehr so viel. Aber das sind dennoch halt Einkommensströme, wo viele Leute sagen, ah, das ist mir zu klein, oder die, sag ich jetzt mal, wie soll man sagen, das soll ich jetzt nicht großkotzig anhören, aber die, wo man so denkt, man ist mit denen in einer Liga, wo andere zum Beispiel halt ihre hochpreisigen Coachings verkaufen für 40.000 Euro, und ich verkaufe zum Beispiel Dinge für gerade mal 100 Euro, oder 50 Euro, oder mache kleine Jobs für 10, 20 Euro. Jedes Geld, das du verdienst, ist aber dennoch Geld, das dir eines Tages mal fehlen könnte. Und genau deswegen bin ich immer sehr, sehr pragmatisch und sehr praktisch, was das Ganze angeht. Für mich, solange, wie gesagt, man damit Geld verdienen kann, und ich weiß, dass man Geld verdienen kann, dann, wie gesagt, bin ich dabei. Und solange ich, wie gesagt, mich auch in diesem Themenbereich auskenne. Und dann viertens, monetisiere so viel wie möglich deines Tages. Also grundsätzlich ist es bei mir immer so, dass ich probiere, jede Sekunde meines Tages irgendwie zu Geld zu machen. Ich weiß, das ist nicht das Ziel von vielen Leuten, und das soll es auch nicht sein. Bei mir ist es bloß so, ich habe ein sehr klar definiertes Ziel, das ist eine relativ große Summe, und diese Summe würde ich gerne bis zu meinem 25. Lebensjahr erreichen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie erreichen werde, weil es wirklich sehr, 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 sehr knapp bemessen ist, diese Summe. Und ich habe noch eine viel größere Summe, die ich bis zu meinem 30. Lebensjahr erreichen möchte. Und die ist auch sehr, sehr, das ist schon ein sehr, sehr straffer Plan, der bis dahin existiert. Und genau deswegen versuche ich halt, jede Sekunde meines Tages irgendwie zu monetisieren. Das ist jetzt nicht, dass ich verkrampft bin, oder dass ich, weiß nicht, von einem, zwei anderen Raum renne und schreie, oh Gott, ich habe jetzt wieder eine Sekunde verschwindet. Nein, keine Sorge, so verklappt bin ich nicht und so verklappt werde ich auch höchstwahrscheinlich nicht. Aber zu sagen, okay, ich habe halt Einkommensströme, die ich jederzeit aktivieren kann und ich versuche grundsätzlich keine Zeit zu verschwenden, diese Einkommensströme zu skalieren, das, denke ich mal, ist eine gute Tugend. Und dann der fünfte Punkt ist, wie gesagt, verschwende keine Zeit. Ich bin grundsätzlich ein Fan davon, keine Zeit zu verschwenden. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich à la Vaynerchuk drei Stunden schlafe und mich halb umbringe. Nein, keinesfalls. Man sollte aber in der Zeit, wo man wach ist und wo man Kraft hat, sollte man probieren, seine Zeit möglichst effektiv zu verwenden und grundsätzlich keine Zeit zu verschwenden. Das, denke ich mal, sollte die absolute, ja, die Bottomline von all dem sein, was wir hier nun uns angeschaut haben. Für mich ist, wie gesagt, wichtig, dass du dich zwingst, Geld zu verdienen aus folgendem Grund. Nämlich, wenn du erstmal Einkommensströme hast, die du jederzeit aktivieren kannst, dann hast du auch die Möglichkeit, diese Einkommensströme zu skalieren. Bitte denk an die Einkommensströme, die ich dir eben gerade zeigte, nämlich diese Einkommensströme wie Udemy, SkateShare, Coachings und Kindle hatten wir ja, glaube ich, noch und YouTube. Genau, das waren die Einkommensströme. Das sind Einkommensströme, die sehr, sehr gut funktionieren können und wenn du genau bei diesen Einkommensströmen Hilfe brauchst, das heißt zum Beispiel sagst, okay, mit denen kann ich ja durchgehend Geld verdienen, aber ich kenne nicht die richtigen Strategien, dann, wie gesagt, kann ich dir nur sehr mein Coachingprogramm empfehlen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dich mal in einem Coaching dabei haben zu dürfen. Ob das nun durch Online-Kurse ist, ob das durch T-Shirts ist, ob das durch Flipping ist, Icons ist, Bücher ist und so weiter und so fort. Dafür, wie gesagt, ich wollte jetzt gerade sagen, dafür stehe ich mit meinem Namen, da höre ich mich schon an wie in einer Hip-Werbung, aber dafür, wie gesagt, stehe ich mit meinem Namen, dass ich mich mit diesen Dingen auskenne und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir mal da zusammen ein Coaching buchen könnten, weil ich grundsätzlich glaube, dass es nicht so schwer ist, Online-Geld zu verdienen. Ich glaube, die meisten Leute machen sich einen zu großen Kopf. Manchmal braucht es halt einfach nur diesen ersten Kick, um zu starten. Zum Beispiel, ich hatte auch eine Person, damals Benjamin Wilson, der mir gesagt hat, du, Leo, und geh auf Udemy, hier sind ein paar Strategien, an die habe ich mich gehalten und dann hat sich daraus ein gigantisches Universum für mich eröffnet. Wenn ich damals mit ihm mich nicht unterhalten hätte, wäre wahrscheinlich mein Leben ganz anders verlaufen und ich hoffe, dass ich diese Person noch für euch sein kann. Würde mich also sehr, sehr freuen, wenn ihr euch mit mir ein Coaching buchen würdet. Der Link zum Coaching-Programm befindet sich in der Videobeschreibung, sonst wird es weiterhin jeden Tag von mir Videos hier auf YouTube geben. Ich danke dir, dass du dieses Video angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.